So wie jeder, der den Europapark kennt, die Euromaus kennt, so kennt jeder, der den Bund Deutscher Blasmusikverbände kennt, Christoph Kahle, Akademieleiter und geschäftsführender Präsident des BDB. Hallo Christoph. Christoph, die erste Frage zum Musikcamp. Wann und wie wurde das Camp ins Leben gerufen? Im Jahr 2005 kam der Gedanke auf, ein außerordentliches Musikcamp durchzuführen für Jugendliche. Und was lag näher, als hier bei der Geschäftsleitung im Europapark anzufragen? Die Freude im BDB war groß, als die Zusage kam, dass wir 2006 das erste Camp durchführen dürfen. Somit war ein Startschuss gelegt für eine erfolgreiche Geschichte. Seit 2006 also hier das Musikcamp im Europapark. Welche Ziele verfolgt der Bund Deutscher Blasmusikverbände mit dieser Veranstaltung? Gut, Ziele gibt es mehrere. Zum einen wollen wir natürlich eine Bildungswoche gestalten. Eine Bildungswoche mit Jugendlichen, für Jugendliche. Neben der Bildung, an der Musik, möchten wir auch Freundschaften entwickeln. Freundschaften unter Jugendliche, dass sich auch Vereinsleute untereinander austauschen und kennenlernen. Wir wollen gleichzeitig auch Jugend stärken in ihrem täglichen Tun. Wir wollen Jugendliche heranführen ans Ehrenamt und wollen natürlich auch, dass Jugendliche sich hier wohlfühlen und eine freudvolle Woche erleben dürfen. Guter Stichpunkt von dir, Ehrenamt. Seit vier Jahren gibt es hier das Jugendleitercamp. Inwiefern hat das Jugendleitercamp einen Schwerpunkt, besondere Ziele im Hinblick auf das Ehrenamt? Jugendleiter sind wichtige Personen in den Vereinen. Es sind quasi die jugendlichen Kulturmanager vor Ort, die die Jugend abholen und ans Ehrenamt heranführen. Wir müssen diese Jugendleiter selbst auch generieren und müssen hier eine Plattform schaffen, dass Jugendleiter auch sich diesem Thema widmen. Deshalb kam der Gedanke zustande, ein Jugendleitercamp, das in dem vierten Jahr erfolgreich läuft, zu gründen. Und dieses Jugendleitercamp dient dazu, Jugendliche für das Thema Jugendleiter zu eröffnen und fürs Ehrenamt auch ein bisschen zu stärken. Du hast eben schon betont, im vierten Jahr erfolgreich läuft. Das achte Jahr des Musikcamps läuft sehr erfolgreich. Die konstant hohen Anmeldezahlen von 250 Personen und auch konstante Anmeldezahlen im Jugendleitercamp zeigen, dass der BDB mit beiden Veranstaltungen den Nerv der Zeit trifft. Was denkst du, ist der besondere Reiz dieser Campwoche? Innerhalb der Campwoche gibt es ganz viele Erlebnisse für die jungen Menschen. Zum einen natürlich die Orchesterarbeit, zum anderen auch die Seminare im Jugendleitercamp, die Workshops, das Parkfeeling, aber auch abends im Tibidorf das Campfeeling rund um das Lagerfeuer, rund um das Grillen. Und ich denke, das gesamte Portfolio ist interessant für Jugendliche und das zeigt auch die hohe Anmeldedichte. Du sprichst gerade nochmal an, das gesamte Portfolio, insbesondere jetzt das Grillen am Lagerfeuer. Das gibt es ja noch nicht so lange. Das wurde ja nach und nach, kam immer mehr dazu an Programm oder es wurde was ersetzt. Meine Frage jetzt, letzte Frage, Abschlussfrage. Wo war das Musikcamp? Wo siehst du die Entwicklung der nächsten Jahren? Wie soll die Campwoche, das Musikcamp, Jugendleitercamp, was für Entwicklungen wird es geben? In den Entwicklungen der letzten Jahre nehmen wir immer Impulse auf von den Teamern, von den Teilnehmern. Wir versuchen Impulse umzusetzen. Das hat uns immer bestärkt darin. Und gleichzeitig freuen wir uns darauf, wenn wir nächstes Jahr, 2014, von 24. bis 30. August, das neunte Musikcamp hier durchführen und das fünfte Jugendleitercamp. Mein Wunsch wäre, wo war das Musikcamp und Jugendleitercamp, wenn in 20 Jahren beide Camps immer noch existieren und Jugendliche hierher kommen, um eine tolle Woche zu erfahren. Das wünsche ich mir auch und auch dem BDB. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Tun und auch viel Spaß noch in dieser Woche und sage vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Vielen Dank.